Hallo und herzlich willkommen bei WIWANDER. Heute packen wir eine Schutzbrille aus. Unsere Schutzbrille mit weitem Sichtfeld. Sie hat einen flexiblen Vinylrahmen, Belüftungslöcher zur indirekten Belüftung, kann über Brillen getragen werden, ein gutes Gummiband, ist bequem breit, nicht zu schmal und ist flexibel. Sie entspricht natürlich der CEEN 166 Norm, kommt mit einer Bedienungsanleitung und schützt vor Chemikalien, Staubschlägen. Das war's. Tschüss.